Willkommen zurück zu Mass Effect. Moin Moin, hier ist der Angelus. Wir sind auf der Normandy und werden jetzt ein bisschen was erledigen und zwar im Voyager Cluster. Da mache ich mich auf den Weg. Also öffnen wir mal hier die Galaxie Karte. Schön, dass ihr dabei seid wieder in der heutigen Episode hier. So, wir sind hier noch im Packsystem. Wir können weg von Noveria. Den Asteroiden hier würde ich auch gerne machen. Das ist auch noch ein ziemlich cooles Ding. Das ist, glaube ich, hier auch sogar eine DLC-Mission. Asteroid X57. Könnte man später auch noch machen. So, ich muss in den Voyager Cluster. Was haben wir denn hier noch? Lokaler Cluster. Ja, ja, das ist unser Ding. Artemis Tau, Hades. Da ist der Voyager Cluster. Hier schon am Rand, am Rand der Galaxie. Da ist ja das Ganze schon fast von der Galaxie runterfallen, wenn du hier bist. Galaxie ist ja eine Scheibe. Ich glaube, in beiden habe ich was zu tun. Hier Amazon ist eine Quest. Und in Jüngse auch. Da fliegen wir hin. Jüngse. Erstmal verlassen wir hier den Kühlschrank, wie Liara ihn immer bezeichnet hat. Noveria, den Eisplaneten. Da haben wir erstmal nichts mehr am Hut mit Firmenspionage. Und die Rachen sind ja eh auch nicht mehr da. Wie schlecht die Sicht ist bei diesem Schneesturm. So, dann wurden wir wieder weggeballert. Okay, hier soll es also irgendwo sein. Ein Cerberus-Anlage. Auf Bintu. Da ist es. Wir können landen. Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der es einen ständigen toxischen Chlordunst sowie Schwefeldioxidwolken gibt. Na, wir sollten den Helm aufbehalten. Da sollte man wirklich den Helm aufbehalten, ey. Das ist ganz giftig. Das kann man doch nicht Atmosphäre nennen. So. Jetzt geht gegen Cerberus. Ich nehme den mit. Und dann brauche ich ein bisschen Tech-Stärke. So. Nein, ey. Ich wollte nicht die haben. Tech-Stärke brauche ich, habe ich gesagt. So. Biotik, Tech-Stärke und Kampfstärke haben wir in beides dabei. Yeah. Yeah. Immer diese harte Landung, ey. Was? Wenn man damit aufschreibt, ne? Meine Güte. Du wirst so durchgeschüttelt in dem Ding. So, da sind wir auf Bintu. Muss ich hier nur Cerberus finden. Okay. Wir haben hier eine Forschungseinrichtung. Dann eine Anomalie. Forschungseinrichtung. Forschungseinrichtung. Welches sind die richtige? Ich fahre mal zu der hier unten. Nicht, dass ich auch noch zu jeder hin muss. Oder es könnte natürlich auch sein, dass ich alle Forschungseinrichtungen hier irgendwie vernichten muss. Dafür, dass die Atmosphäre hier so giftig ist, ist das Wetter aber gar nicht so schlecht. Da sind wir auf dem Mond oder anderen Nebenplaneten. Okay, Feinde sind auch da. Abwehrtürme. Auf jeden Fall. Schwere Gefechtstürme. Wer immer hier die Forschungseinrichtung leitet, möchte nicht, dass wir kommen. Ah, die Rakete ist auch noch geflogen. Wir parken so, weil wir steigen immer auf der linken Seite aus. Sind wir direkt an der Tür. So, was befindet sich denn hier? Das sieht natürlich mal wieder gleich aus, ja? Okay, da ist auf jeden Fall ein roter Punkt. Feinde sind hier. Oha. Die haben hier Rachni. Wo haben sie denn die her? Cerberus-Forschungsanlage mit auch Rachni. Aber auch diese Rachni sind von der Königin isoliert. Das heißt, die sind halt böse, wenn sie nicht von der Königin gesteuert werden. Ja, ich habe einfach mal aufgemacht. Und Cerberus-Kommando. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Auch Cerberus möchte die Rachni natürlich mal wieder missbrauchen. Das ist natürlich die Frage, wer hatte zuerst die Rachni? Ich bin der Rachni. Die hier oder? Oder die Noveria-Abteilung. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Ich muss also in jeden mal rein. Und keiner, der sonst noch quatschen möchte. Heute ist es mal wieder der gute Rex, der ein bisschen rumschreit. Leider ja. Mir die gehen nochmal mitnehmen. Wir müssen also die anderen Forschungseinrichtungen auch ausschalten. Und dann beim Admiral Berichterstatten. Vielleicht kann man das noch über Funk abwickeln, ohne dass ich da wieder auf die Zitadel muss. Gibt es hier eine Rüstung drin? Katana Equalizer, Präzisionsnö. Leider nicht. Kann ich wieder zu Universalgel verarbeiten. So, hier neben der Station war ja noch gleich eine Anomalie. Da könnte ich vielleicht auch nochmal hingucken, ob da was Interessantes war. Ansonsten jetzt zwei Forschungsanlagen, die dann oben im Norden sind. Warte mal, die ist denn irgendwo da. Obendrauf oder hinterm Berg? Das ist eine Pyramide. Das könnte aber proteanisch sein. Ich glaube, ich muss hier mal aussteigen. Hier ist einfach mal eine Pyramide. Kann man hier hoch gehen? Ja. Proteanische Pyramide. Es ist Protean Attack. Artefakt-Bergen. So, proteanische Datendisk gefunden. Im Inneren der Monumentspitze befinden sich einige Kinderspielzeuge und abgewetzte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Die Proteaner hatten also auch mal Kinder. Gut, das haben wir. Weiter zur nächsten Forschungsanlage. Da ist die nächste. Und dann da oben ganz im Norden. Ah, ich kann auch lieber über den Berg fahren. Spare ich mir vielleicht ein paar Meter. Vielleicht kann ich auf der anderen Seite runterfliegen. Bergab geht ja immer schneller. Gott, guckt doch immer die Landschaft an. Nein, hier ist nix. Und alles, alle Planeten, die man so bereist, sind immer so hartgebirgig. Okay, da vorne ist schon die nächste Stadt, äh, die nächste Station. Sollte sagen, sind die Planeten dann doch nicht so groß. Seitwärts Boost. Ich komme von oben in einer erhöhten Position, damit rechnen sie nicht. Nur ein Turm? Ne, die sind auch zwei. Aber die gucken schon mal nicht in meine Richtung. Oh, jetzt schießen sie doch. Oh mein Gott, sie haben mich gesehen. Der Überraschungsangriff ist hinüber. Immer wieder toll, über feindliche Raketen überwegzuspringen. Aber warum hat jetzt Rex wieder einen abgeseilt? Auf dem Weg. Auf dem Weg, weg da. So, mal gucken, ob hier auch Rachen, die drin sind, wahrscheinlich. Huch. Das ist aber Platzverschwendung, hier so einen großen Raum zu haben, wo nichts drin ist. Oh ja, da sind sie wieder. Das ist aber kein Rachen hier drin. Das könnte auch... Das sind, ähm, Turianer-Dings vom Pflanzenmann. Wo haben sie die denn jetzt her? Die erforschen echt alles, ne? Es sind Forschungs... Das sind Forschungs... Das sind Forschungstechniker. Vorsicht! Haha, nicht erwischt diesmal. Aber das da drin... Ich kann sie... Ich habe sie noch nicht im Visier. Ich mache erst mal... Draußen ist alle fertig. Bevor ich das... Feld öffne. Okay, die sind weg. Jetzt holen wir uns die mal raus. Aber ich glaube, das sind doch keine... Keine Husk. Das müssen... Los, los, los! Noch ein Kommando. So, das müssten Turianer sein hier. Pflanzenmänner. Ja, ja, das sind welche. Unter dem Creeper-Leichen gab es keine Spur von... Äh, Kohaku. Er muss sich einen anderen Labor in diesem Bereich befinden. Ach, der wurde auch gepfangen. Der wurde auch gepfangen. Solche Missionen liebe ich. Was war das denn? Solche Missionen liebe ich. Ja, Rex, alles klar. Deswegen habe ich dich mitgenommen. Okay, wir müssen... Der Admiral ist also selber aufgebrochen zur Cerberus-Forschungsanlage und wir müssen ihn wieder rausholen. Da nur noch eine übrig ist, ist er da wohl drin. Kleines Stückchen noch weiter nach Norden, dann haben wir es. Was erforschen sie denn noch da? Ich meine, die haben jetzt die Turianer, die haben jetzt die Dirachni. Was gibt es noch? Cerberus kann man einfach nicht trauen. So, da war ich noch nicht. Rechtsrum. Vorsicht. Hoffentlich lebt der Kohaku noch. Nicht, dass wir einen weiteren Admiral oder General, je nachdem was er ist, hier verlieren. Und dann auch noch ein Cerberus. So, da ist die letzte Anlage. Wieder Geschütztürme? Wahrscheinlich, ja. Was auch sonst? Andeben. Ausreichen. Uh. Zu früh gesprungen. Ach komm. Da ist die Tür. So, die letzte Anlage. Dann haben wir Cerberus das Handwerk gelegt. Oh, ist das ein Mikro? Oh oh. Da ist eine Leiche drin. Was sind das denn für Käfer? Das sind aber keine Rachni-Käfer, oder doch? Haben sie den damit getötet? Ihr Schweine! Ich komm zu spät. Los, los, los! Die haben ihn für seine Forschung, äh, für ihre Forschung benutzt, weil er denen auf die Schlinge, auf die Schliche gekommen ist. Achtung! Komm schon, Rex. Schnapp sie dir. Den kann ich auch nochmal wegheben oder so. Was ist das? Werfen. Singularität. Äh, mit Singularität geht auch. Dahin. Ja, jetzt kommst du da raus aus der Deckung, ne? Wenn sich Leute zu sehr hinter Deckung verstecken, zieht man sie einfach mit der Singularität hervor. He, he, he. Ich glaube, das waren die Kommando-Einheiten. Müssten jetzt nur die hier hinterm Schild da sein, oder? Ne, hier ist noch einer um die Ecke. Da! Wo versteckt er sich? Da kriegt er Schaden, Schaden, Schaden. Und da ist er weg. Hier soll die Käfer ausschalten. Es wird Zeit, Kauoku zu rächen. Kauoku, ach Mann. Der hat uns einfach den Auftrag gegeben und der hat es leider selber nicht geschafft. Sprechen, ja, ja. Sie tasten nach dem Puls, finden aber kein, Admiral Kauoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzung auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Shepard, da drüben! Es ist Admiral Kauoku! Dann hat ihn Saborus wohl doch gefunden. Leider ja. Da drüben. Ja, ja, ich habe Admiral Kauoku gesehen. Wir sind zu spät. Der hat es nicht geschafft. So, gucken wir mal ins... Der Hund des Hades. Xerbaus Hauptquartier vernichten. Sie haben eine größere Einrichtung von Xerbaus gefunden. Begeben Sie sich nach Niforon im Columbia-System, okay, des Voyager-Clusters und vernichten Sie sie. Ich bin ja immer noch in Voyager-Cluster. Das meint also Rex mit, es ist Zeit, äh, Kauoku, oder wie er hieß, zu rächen. Admiral Kauoku. Er war ein guter Mann. Ich kannte ihn. Aber wir können sofort zum Schiff. In den nächsten Teilen war eine Nebenmission echt eher interessanter gemacht. So, hier geht Gier. Weiß nicht. Gibt Erfahrungspunkte, aber ich finde es nicht besonders spektakulär bisher. So, auf dem Klammern lehnen wir nicht mehr, ne? Dregier. Irgendwas. Ne, hier nicht. Das war Jankse. Bei Amazon ist auch noch was, aber nicht Cerberus. Die sind hier. Da ist Columbia. Rüber zum nächsten System. Da ist es. Neferon. Sieht schön aus. Neferon ist eine üde, vulkanische, terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Kohlendioxid und Krypton. Krypton. Die, oh, na sauber. Wer hätte das gedacht? Eine Krypton-Atmosphäre. So. Wir nehmen wieder Rax mit, denn der will seine Rache. Tag steckig immer. Oder er will Rache für den Admiral. Wird Zeit, ihn zu rechnen, der sagt. Dann geben wir ihm auch die Chance, dass er sich hier rechnen kann. Hoffentlich ist hier nur eine Forschungsstation, aber eine große. Oh, der Plattling sieht aber farblich besser aus, als der eben. Joa. Nicht so schlecht. So. Gucken wir mal. Jawohl, das sieht gut aus. Wir haben hier eine Anomalie. Und da ist die Untergrundeinrichtung. Ich fahre gleich zur Untergrundeinrichtung. Anomalie ist mir heute gerade nicht so wichtig. Erstmal hier wieder durchkämpfen, durch das System. Oh Gott. Das ist ja noch schlimmer, ey. Hier kommst du ja nirgends durch. Was sie hier einen wieder in den Weg stellen. Die suchen sich auch mal Orte aus, um ihre Forschungsanlagen zu bauen. Damit sie ja nicht unterbrochen werden. Oder gefunden werden von irgendjemandem. Muss ja alles geheim bleiben. Und das ohne richtigen Raumhafen, weißt du? So, da ist die Forschungsanlage. Oh, Scharfschütze? Da steht einer. Kann ich denn an dem vorbeischießen? Der ist zu klein. Uh, Raketen. Cerberus-Anti-Panzer-Waffe. Anti-Panzer? Ich hatte gestern Anti-Pasti, ey. Einer ist da noch. Ich fahre dich kaputt. Wow, wie er fliegt. Boing. Einfach überfahren, ey. Er fliegt einfach weg. Oh. Na? Tali hat wieder ihre fünf Minuten. Huh. Wenn ich das Ding vor die Tür stellen, sonst komme ich nicht mehr rein. Einfach immer nur so eine Bunkertür, weil es alles unterirdisch ist. So, machen wir Cerberus platt. Als Rache für den Admiral. Wo seid ihr? Abschaum. Das sind aber viele, ey. Okay, da ist das der erste. Andere Seite. Andere Seite. So, die kommen wieder hier durch. Still. Tali, weg da. Uh. Singularität, komm. Haha. Fällt gleich runter, wenn die weg ist. Oder? Nee, die bleibt jetzt da hängen. Auch nicht schlecht. Gute Wanddeko. Und der letzte. Jedenfalls in dem Raum. Ich glaube, das war es noch nicht. Oh, sie ist jetzt nicht mehr an der Wand. Jetzt ist sie weg. Da ist sogar ein Ausrufe-Quest-Symbol. Wo seid ihr? Na, ich gucke mal hier nochmal. Vielleicht ist hier noch was im Raum. Wichtige Sachen. Oh, guck mal. Oder Spinde zum Beispiel. Cerberus sind ja nur... Bestehen ja nur aus Menschen. Das ist ja... Die wollen ja alles für die Menschheit tun. Natürlich auch radikal. Deswegen könnten hier vielleicht auch gute menschliche Rüstungen drin sein. Also hier nicht... Nicht so. Ah, nur Waffen. Ach man, ey. Heute habe ich es echt wieder mal nicht drauf mit dem ganzen Rumgeklicke. Immer nur Waffen. Was ist bei euch kaputt, ey? Sturmgewehr, Sturmgewehr, Waffen, Waffen, Waffen. Medizinkit. Naja, brauche ich nicht. Da habe ich aber nochmal einen Biotik-Verstärker drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht bringt der mir was. Meistens gucke ich hier die Ausrüstung immer neben den Aufgaben. Neben den Folgen, meine ich. Offscreen. Das ist nur ein Computer, ne? Ein großer Rechner hier. Vielleicht können wir die Forschungsdaten löschen. Ja, drücken Sie, äh, Sie drücken vorsichtig ein paar Knöpfe und ein Alarm geht los. Die optische Datenbank aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich kopieren Sie möglichst viele Daten auf den internen Computer Ihres Kampfanzugs. Nach der Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer. Die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber Sie haben genug Zeit für die Deschiffrierung. Na dann. Hä? Warte mal. Der ist immer noch der Ausruf, dass auch das Ding... Er ist geöffnet. Hm. Hier steht darüber nichts mehr, ne? Warte mal, das war der Hund der Hölle, ne? Ne, ist weg. Der ist schon abgeschlossen. Da, Hund des Hades. Beendet. Hm. Na, das war ja nicht so toll. Was hat er da jetzt gesagt? Nix. Okay. Wir können weg. Naja. Ich, äh, in der nächsten Folge versprochen geht's wieder zur Hauptgeschichte, dass es dann wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen spektakulärer und besser inszeniert die Nebenaufgaben in Teil 1 hier. Das war... Wenn man unbedingt noch Erfahrungspunkte haben möchte, dann ist das natürlich eine super Sache, weil man da am Ende halt immer gut, gut was bekommt. Aber es ist halt nicht gut inszeniert. Man ballert halt ein paar Leute weg. Und das war's. Der Asteroid, wo ich da hinfliegen kann, da, das wird nochmal interessant, weil das ist so eine DLC-Mission. Ansonsten sollte ich lieber mit der Hauptgeschichte weiterspielen. Und Wörmeyer wird auf jeden Fall wieder, wieder, wieder richtig interessant. So. Haken wir das heute ab als Erfahrungspunkte farmen. Ach nee, ich muss im Auto sitzen und dann kann ich zu Normandy zurück. Wörmeyer ist auf jeden Fall was los. Das kann ich euch versprechen. Das weiß ich selber sogar. Hauptgeschichte und so. So, da sind wir wieder auf dem Schiff. Ich gucke nochmal nach. Wir hatten hier nur Proben, auch wieder von Cerberus. Einrichtung untersuchen, das ist alles das gleiche. Exogeny dann hier. Hier ist auch nochmal Exogeny, glaube ich. In Voyager Cluster nochmal. Lieferung untersuchen. Reisen Sie ins Amationssystem, in Voyager Cluster und starten Sie eine Untersuchung. Vermisste Forschungsteam. Naja, das ist alles. Ich finde es halt ein bisschen lame. Deswegen lieber hier auch Wörmeyer. Nächste Folge Wörmeyer und da wird es wieder, wieder, wieder richtig gut. Und dann finden wir das salarianische Team, die auf Saren angesetzt wurden. Und mal gucken, was die herausgefunden haben. Ob Saren noch da ist, ob sie, ja, vielleicht geschafft haben, ihn festzusetzen, dass wir ihn dann bekämpfen können. Also, in der nächsten Folge geht es nach Wörmeyer. Falls ihr heute trotzdem Spaß hattet, lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da für die Unterstützung des Projektes weiterhin. Auch wenn, wenn die Mission vielleicht ein bisschen langweilig war. Aber da kann ich ja nichts für, ne? Ich versuche das Video trotzdem interessant zu gestalten, mit dem ich, indem ich irgendwie unsinnige Kommentare von mir gebe oder so. Also, bis zur nächsten Folge. Morgen. Danke und haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.